Radio Sirup Club, es hat eine Party am 31. Januar. Sirup Club, Zendung für Sirup-Trinker, von Sirup-Trinker. Jeden Mittwochabend von 10 bis 12 Uhr auf Taxic FM. Radio Sirup Club, das ist der Jahrachter. Und dann machen wir von alles mit gekke oude Apparaten, Musik machen und Spoon-Dr. O'Kump und ein junger der Kaffee-Dee hat und ich kann wagen. Und es war schön, die 31. haben wir gesetzt.